Musik Herr Moser, darf ich Sie gerade als erstes zu einer kurzen Stellungnahme bitten zu Ihrem Resultat im Nationalratswahl? Ja, es ist einer so herausgekommen, wie man sich das vorgestellt hat und das auch in dem Rahmen, in dem ich eigentlich auch damit gerechnet habe. Sie sind ja von Anfang an eher als Aussenseiter in das Rennen gegangen gegen das Gabi Huber. Hat sich der Stress gelohnt für einen Wahlkampf? Für mich sicher. Es war interessant, ich würde es wieder machen. Ich habe viel gelernt, gute Erfahrungen gemacht, ganz persönlich. Und dann ist es noch ganz wichtig, wir haben von der Partei her und auch ich mit unseren Themen, die uns von der Partei her und mich persönlich bewegen, betreffen, die mich zum Politisieren bringen, haben wir präsentiert, wir konnten mit denen auftreten und wir konnten zeigen, für was für eine Politik wir stehen. Ist die Kandidatur also Eichli gesitzt, um die SP im Gespräch behalten für die kantonalen Wahlen nächstes Jahr? Das ist immer so. Wenn Sie antreten mit einer Partei, dann wird sich auch die Partei präsentieren. Das gehört dazu. Also Sie gehen nicht nur als Einzelmaske, sondern hinter Ihnen steht in der Regel, ausser Sie seien parteilos auch eine Partei, von denen Sie politisieren und mit der Sie sich am ehesten verbunden fühlen. Gut, meine letzte Frage noch, Ihre Zukunftspläne. Werden Sie weiterhin politisch aktiv sein und Ihre Praxis in Börgeln weiterführen? Letzteres ganz sicher. Und politisch wäre ich aktiv sein, ich werde wieder kandidieren im Frühling für den Landrat. Ich glaube, das wird auch zum Teil erwartet, dass ich im Büro bin, dass ich wieder antreten werde. Gut, in diesem Fall viel Glück für das. Danke vielmals für das Gespräch, Herr Moser. Wiedersehen, Frau Wissig. Danke. Vielen Dank.